Ich bin Thomas Wagner von der Filmpraxis. Wir haben Ihnen bereits in einem Video erklärt, wie Sie EDIUS 9 herunterladen und freischalten können. Jetzt möchte ich mir anschauen, welche Einstellungen von meiner alten Version EDIUS 8 in EDIUS 9 übernommen worden sind. Da geht es also unter anderem um die Plugins und die Voreinstellungen. Wie Sie sehen, habe ich hier auf meiner Windows-Oberfläche Mink, EDIUS 8 und EDIUS 9 liegen. Das ist möglich, wenn Sie EDIUS 8 in der letzten Version 8.53 installieren. Dann können Sie auch EDIUS 9 parallel installieren. Im Installationsvideo habe ich Ihnen bereits gezeigt, dass mein Profil übernommen worden ist, genauso wie die Projekte, die ich zuletzt bearbeitet habe. Hier ist jetzt nur ein einziges drin. Bei Ihnen können das durchaus mehr sein. Ich kann natürlich über Projekt öffnen, sämtliche Projekte aus EDIUS 8 jetzt hier auch in EDIUS 9 öffnen. Ich wähle dieses Projekt hier an. Wie Sie sehen, arbeite ich hier noch mit der Testversion von EDIUS 9. Was ich Ihnen auch im ersten Video schon gezeigt habe, ist, dass bei den Systemeinstellungen unter Anwendung Wiedergabe die Wiedergabe Puffergröße übernommen worden ist. Das ist ein Hinweis darauf, dass sämtliche Einstellungen aus meiner EDIUS 8 Version auch in EDIUS 9 direkt übernommen worden sind und das ist natürlich super. Ich möchte mir das jetzt noch mal etwas näher anschauen, ob das auch wirklich stimmt. Ich gehe mal in die Projektvoreinstellungen und auch hier sehe ich meine sämtlichen Vorlagen aus EDIUS 8. Also auch hier alles wunderbar. Unter Hardware finde ich meine Gerätevoreinstellungen. Bei Vorschau-Gerät habe ich jetzt hier gerade keine Videocarte in meinem System drin. Deswegen erscheint jetzt hier nur Generic OHCI. Ich wechsle mal auf Effekte, denn hier interessiert mich, ob meine zusätzliche Grafikkarte berücksichtigt wird. Gehe unter Farbkorrektur, primäre Farbkorrektur und auch hier sehe ich, dass sowohl die integrierte Grafikkarte meiner Intel CPU als auch meine extra Grafikkarte von Nvidia hier unterstützt werden und auch der Haken, den ich in EDIUS 8 gesetzt habe, wird in EDIUS 9 übernommen. Das gleiche bei den GPU-Einstellungen. Auch mein hinzugefügtes Verzeichnis für VST-Plugins, also für Audioeffekte, wurde hier übernommen. Das ist schon mal ein sehr guter Hinweis darauf, dass meine Plugins wahrscheinlich direkt gefunden werden. Da schaue ich mir gleich mal etwas näher an. Zunächst schaue ich mir noch die Benutzereinstellungen an, denn hier halte ich es für besonders wichtig, dass in der Projektdatei mein Backup-Ordner hier eingestellt worden ist, wie dies auch in EDIUS 8 der Fall war. Auch dies wurde übernommen, also auch hier alles wunderbar. Als nächstes interessieren mich die Layouts unter Ansicht Fensterlayout. Auch diese werden übernommen. Perfekt. Mit Sicherheit werden nicht alle Plugins sofort erkannt. Das kontrolliere ich jetzt mal, indem ich auf Effekt klicke. Als erstes gucke ich mal nach den Audiofiltern und hier sehe ich schon unter Effekte, dass meine Audio-Plugins hier tatsächlich gefunden werden. Das liegt darin, weil EDIUS eben das VST-Plugin-Verzeichnis, das ich angegeben habe, direkt übernommen hat. Also hier muss ich nichts neu installieren oder andere Tricks anwenden. Auch mein Ordner mit den eigenen Effekten, die ich mir selbst angelegt habe, wurde übernommen. Etwas anders sieht es aus mit den Filtern von ProDat. Diese tauchen jetzt hier nicht auf. Grundsätzlich kann ich Ihnen sagen, dass laut aktuellem Stand alle Plugins, die in EDIUS 8 laufen, auch in EDIUS 9 laufen werden. Natürlich ist es so, dass bestimmte Installationsroutinen noch nicht automatisch funktionieren. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel Mercalli 4 neu installieren, dann wird er noch nicht das Verzeichnis von EDIUS 9 suchen, sondern von EDIUS 8. Und dadurch werden bestimmte Plugins eben noch nicht direkt gefunden. Hierfür wird es aber in den nächsten Tagen und Wochen neue Installationsroutinen geben, die dann auch EDIUS 9 direkt finden werden. Sie können sich aber auch schon vorher manuell behelfen. Wie das geht, zeige ich Ihnen gleich. Als nächstes möchte ich mir erstmal anschauen, ob meine Titler gefunden werden. Auch hier wird es so sein, dass diese noch nicht hier auftauchen. Ja, ist richtig. Ich sehe hier nur den Quick-Titler. Das heißt, der VSTitler wird noch nicht gefunden. Auch hierfür wird gerade eine neue Installationsroutine programmiert. Insgesamt bin ich hier sehr zufrieden mit der Übernahme meiner Daten von EDIUS 8 zu EDIUS 9, denn ich habe hiermit wirklich sehr wenig Arbeit und kann direkt weiterarbeiten. Dennoch möchte ich jetzt mal versuchen, meine Plugins auf kurzem Wege auch in EDIUS 9 lauffähig zu machen. Dazu schließe ich EDIUS 9, öffne den Arbeitsplatz. Auf der Systemfestplatte, wo auch meine Windows-Installation ist, gehe ich in den Unterordner Programme, suche nach dem Ordner Cress Valley und hier sehe ich, dass es einmal EDIUS 8 und EDIUS 9 als Unterordner gibt. Wie gesagt, das liegt daran, dass ja beide Versionen parallel auf meinem System laufen. Hier gehe ich in den Ordner EDIUS 8, Plugin und hier liegen meine ganzen Plugins drin. Ich teste das jetzt, indem ich bestimmte Plugins markiere und rüberkopiere. Ich mache das mit gedrückter Steuerungstaste, nehme Need Video als Plugin, das ist eine Rauschentfernung für Bilder, dann hier McCulley 4, Hieroglyph, Bitasin. Es gibt jetzt hier noch mehr Plugins, ich möchte es aber erstmal mit diesen probieren. Drücke Steuerung C, wechsle zurück auf EDIUS 9, gehe in den Plugin-Ordner und drücke Steuerung V. Komme hier einen Hinweis, dass ich Administratorenrechte besitzen muss. Ich sage ja, habe ich. Jetzt wurden meine Plugins zusätzlich, jetzt wurden meine Plugins in diesen Ordner von EDIUS 9 kopiert und ich schaue mir mal an, ob das schon die Lösung war. Ich starte wieder EDIUS 9 mit einem Doppelklick, öffne mein Projekt und jetzt sehe ich schon direkt, dass unter dem Register Effekt hier ein weiterer Ordner auftaucht, nämlich ProDAT und hier liegen jetzt schon die verschiedenen Plugins von ProDAT wie McCulley 4, Vitasin und die Hieroglyph-Filter, also der Titler, in meinem Unterordner. Das ist also eine sehr einfache und schnelle Methode, jetzt auch in EDIUS 9 bereits gekaufte Plugins zu nutzen. Jetzt noch mal einen Schritt weiter und versuche auch noch andere Plugins mit zu integrieren, wie HitFilm und Amplify. Dazu schließe ich EDIUS wieder. Gehe wieder auf Programme, Crash Valley, EDIUS 8, Plugin und jetzt bin ich mal mutig und markiere einfach mal die ersten drei Ordner. Auch hier drücke ich wieder Steuerung C, um die Dateien zu kopieren, beziehungsweise die Ordner, wechsle in den EDIUS 9 Ordner, Unterordner Plugin, drücke Steuerung V, bestätige, dass die Dateien kopiert werden sollen. Starte wieder EDIUS 9. Und jetzt sehen Sie schon, dass hier noch ein weiterer Ordner dazugekommen ist von HitFilm mit jeder Menge Unterordner. Das Tolle ist, dass auch hier meine Struktur direkt übernommen worden ist. Ich hatte mir das in EDIUS 8 etwas übersichtlicher gestaltet und auch die New Blue Effekte werden jetzt hier sofort gefunden. Jetzt bin ich gespannt, ob er auch den Titler gefunden hat. Drücke mal die rechte Maustaste, wähle Neuer Clip und sehe, ok, New Blue Titler Pro 2 wird hier gefunden. Ich vermute, das ist noch eine falsche Übersetzung. Das müsste eigentlich die Version 5 sein. Ich starte das mal und schaue mir das etwas näher an. Auch hier alles perfekt. Das ist die aktuelle Version 5 aus dem Amplify-Paket. Auch Hieroglyph wurde hier direkt erkannt. Auch die bereits hier bearbeiteten Projekte tauchen auf. Also da kann ich auch nahtlos weiterarbeiten. Das hat also alles hier hervorragend funktioniert und vor allen Dingen in wenigen Minuten. Wenn Sie möchten, können Sie den gleichen Weg gehen, wie ich Ihnen hier eben gerade gezeigt habe. Wenn Sie noch ein paar Tage warten möchten, dann können Sie auch die neuen Installationsroutinen der Plugins verwenden. Denn diese werden dann auch EDIUS 9 automatisch finden. Wir werden in Kürze weitere Videos zu EDIUS 9 fertigstellen. Abonnieren Sie einfach unseren Kanal, damit Sie nichts verpassen. Wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie mir oder meinem Team. Ich bin Thomas Wagner von der Filmpraxis. Ich bin Thomas Wagner von der Filmpraxis.